...emotionale Moment. Wir waren am Freitag nämlich im Eichsfeld, da war auch ein Mann auf der Bühne, der hat seiner langjährigen Freundin 15 Jahre, seiner Erika nach 15 Jahren das Du angeboten. Das war auch ein Wahnsinnsmoment. Auf jeden Fall, Freunde, werden wir jetzt noch für die Harten, der Henness in der Harten, für den Hartenkern hier, Delic, noch ein bisschen aufspielen. Wenn ihr wirklich noch Kraft habt, habt ihr noch Kraft, Freunde? Dann gibt's einen hammerharten Song, bist du Trini Lopez, ihr dürft mitsingen. Uhuhuhuhuhu. Los geht's! Das war auch ein Hammerharten. Das war auch ein Hammerharten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank, Freunde!